Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Auflösung. Ja, wer die CC Container gewonnen hat und es sind wie immer 10 an der Zahl. Es gibt wieder Schiffe, Stahl, Kohle etc. 100.000 Free XP, ganz viele Flaggen und Tarnungen zu gewinnen. Und wir machen es wie immer. Wir gehen über den YouTube Random Commentary, YouTube Commentary Random Picker, irgendwie so heißt der rein. Und ich klicke dann 10 mal und werde euch dann ingame oder über Discord haben wir noch dabei anschreiben. Und ich habe euch aber hier gefragt, das sind 178 Kommentare. Wie gesagt, ich habe nicht alle beantwortet, denn hier sind es immer sehr, sehr viele. Aber ich habe alle, denen ich einen Daumen nach oben gegeben habe, gelesen. Wirklich gelesen. Kann auch sein, dass ich eins, zwei vergessen habe. Und ich habe euch gefragt, ob ihr gerne mehr Replays sehen wollt. Und ja, die meisten haben gesagt, ja, gerne, aber nur mit Qualität. Die anderen haben gesagt, ich soll es nicht übertreiben, die kommen ja nicht hinterher. Allerdings vorhin recht, Qualität ist hoch, sollte es so bleiben. Ja, die wird auch so bleiben. Ich werde aber nicht mit einem Video pro, also einem zusätzlichen Replay pro Tag starten. Ich weiss nicht, ob ich das schaffe. Es ist Oktober und ich glaube, ich werde mit drei bis maximal vier Replays fahren die Woche. Wobei, wie immer nur am Mittwoch und am Sonntag das Replay solo kommt. Und ansonsten kommt das Replay einfach zum normalen Video dazu. Mal schauen, ob ich das halten kann. Das sind zwei Videos mehr, zusätzlich zu denen, die halt Wargaming provoziert, wenn sie wieder ganz viele neue Infos raushauen. Aber es sind nur kleine Videos. Da muss man nicht viel recherchieren. Das ist quasi einfach nur die Infos weitergeben. Gut, wenn ein neues Schiff rauskommt, dann kommt das mit dem Testen. Aber das ist ja der Vorteil an einem Replay. Ich muss nicht zehn Gefechte fahren, damit ich ein lustiges, mit einer guten oder halbwegs guten Unterhaltung, mit einem halbwegs guten Ergebnis bekomme. Das ist nicht so gut wie ein Replay-Ergebnis, weil beim Replay fahren manche Leute 80 Gefechte oder 40 Gefechte und das Beste dann wird eingeschickt. Das geht natürlich nicht für Divisionsgefechte, da wird man ja wahnsinnig werden. Darum habe ich mein 200.000 Kitakase-Gefecht. Das ist mir leider auch mir durch den Patch verloren gegangen. Aber mei, so ist es halt. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, ein bis zwei Replays zusätzlich zu bringen. Für alle Leute, die gerne kommentierte Replays wollen, der Testversuch ist nicht so gut angekommen mit der Analyse. Viele haben es geschätzt und gesagt, ja, das ist voll toll, das ist super. Manche haben gemeint, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zum Replay. Ich werde im normalen Replay ein bisschen mehr aufs Schiff eingehen und vielleicht auf der Karte noch ein paar Positionen zeigen, die ich persönlich gerne nutze, sodass es zu einer kleinen Vermischung bei den Replays gibt. Aber ich werde die Replays nicht anhalten und ich werde natürlich versuchen, immer auf die Replays einzugehen. Aber gehen wir jetzt zum Eigentlichen über, nämlich der Verlosung. Das ist übrigens jetzt der einzige Schnitt, der hier passieren wird. Ich habe nämlich vergessen, vorher das hier zu kopieren. Man muss natürlich den Link des Videos kopieren, bei dem man dann die Kommentare auslosen oder unter den Kommentaren auslosen möchte. Und damit das auch übersichtlich ist, gibt es hier auf jeden Fall keinen Schnitt mehr, ansonsten könnte ja alles gedürgt sein. Ihr seht, ich filtere immer doppelte User, das ist klar. Ansonsten, es gewinnt so hin und wieder schon jemand zweimal, theoretisch. Das ist natürlich nicht möglich, das wird dann einfach übergangen. Aber das soll nicht vorkommen, denn alle 10 sollten unique sein. Und deswegen schauen wir mal. Wir haben 142 unique Kommentierer, also einzigartige Kommentierer. Dann legen wir mal los, oder? Nummer 1. Schauen wir mal, wer gewinnt. Da gehen wir auch zu meinem Clan, die sollen mitmachen. Und Keule hat gewonnen. Nice, wäre toll, wenn dabei ein paar mehr ist, wo man daraus lernen kann. Ja, Keule will sich stetig verbessern, das finde ich gut. Aber Keule, 50, hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann Nummer 2. Das Praktischste, wenn die Leute das in eigenen Clan kommen. Ihr müsst denken, 142 und Hubi hat gewonnen. Hubi! Okay, ja. Ja, ja. Aufgrund des Zeitfach. Das wird gehen. Aber wie gesagt, ich probiere es mal mit kleiner Steigerung. Ich muss denken, 142 sind nicht viel. Wir haben jetzt 50 Leute im Clan. Das heisst, theoretisch könnten 50 Leute bei Fuso da mitmachen. Ich glaube, noch nicht alle haben es geschnallt, dass ich die Container hier über YouTube verlose und nicht über Twitch. Gott sei Dank. Ansonsten ist übrigens interessant. Ich habe jetzt über 3000 Abonnenten und ich will nicht sagen, durchschnittlich 1000 Zuschauer pro Video. Sagen wir 700. Aber es sind noch 142 Kommentare hier. Die Leute wollen also nicht alle gewinnen. Aber Gewinner Nummer 2 ist Hubi. Dann holen wir Gewinner Nummer 3 raus. Und es ist Kolonel Sandfurz. Was? Das ist einfach. Es läuft. Dann Nummer 3. Wir wollen hier eigentlich 10 Minuten machen, weil ich da so am Lava bin. Nein, warte. Nummer 4. Nummer 4. Pommesstüte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe viele Formate. So, Nummer 5. Wobei ich habe Replays, Division, Info, Patch und Previews. Ger Heiner. Das ist gut. Heiner LP. Perfekt. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 6. Finde ich aber gut, dass ihr... Es sind immerhin 140 Kommentare oder 100... Ja, weil einer bin ich. 141 Kommentare, die sich mit dem beschäftigen, was ich gefragt habe. Das ist schon mal gut. So, Gratulation. Olga, Olga. Das ist Nummer 7. Heule 2831. Unterstrich Hogan, Unterstrich. Perfekt. So, dann Nummer 8. Also, das ist nicht Keule 50. Wie viele Leute heissen denn Keule? Wahnsinn. Schublio de Great. Mehr Videos. Ja, entspannen. Ja, das ist auch gut. Name Schublio. Also, ganz im Ernst, ich muss schon sagen, wir sind am liebsten ganz, ganz kleine Namen. So wie Schublio oder Unterstrich, Unterstrich. Nummer 9. Die sind schnell zu suchen. Duras, der vierte. Sehr geil. Hat Duras schon mal gewonnen? Ich weiß es nicht. Gratulation. Da kann fleißiger kommentieren. Und das ist jetzt der letzte. Nummer 10. Müsste es sein. Und da haben wir Kai Becker. Klasse statt Masse. Ja, stimmt. Also, nein. Ja, die zwei, die gehen jetzt noch rein. Das waren jetzt alle. Ich schicke die im Laufe, ich will nicht sagen, der Woche wahrscheinlich. Montagabend, ich glaube, Montag kommt das Video hier dann online. Ich habe es am Sonntagnacht noch aufgenommen. Dann dürftet ihr irgendwann am Montagabend, wenn ich Zeit habe, dürftet ihr die Containercodes bekommen haben. Geht ja alles hier über Wargaming. Das ist auch ziemlich zackig. Danke euch fürs Mitmachen. Ich wünsche euch viel Glück. Wäre cool, wenn ihr unter dem Auflösungsvideo noch reinschreiben könntet, was ihr gewonnen habt. Wäre echt lässig. Ich freue mich immer, wenn ihr ein Schiff zieht. War schon eins dabei. Viele Free XP etc. Nicht vergessen, auch im Oktober gibt es wieder diese 10 Container, die verlost werden. Denn ich bekomme die 10 Container jeden Monat. Ich könnte auch andere Container bekommen, aber meiner Meinung nach sind da nicht so viele drin. Also ich könnte auch 25 von anderen bekommen oder 20 von diesen Royal Navy Dingen. Aber ich finde den Mehrwert da nicht. Ich finde die Community-Contributor-Container sind toll, sind speziell. Kriegt man auf keinen anderen Weg, außer bei anderen Community-Contributoren, das ist klar. Aber die finde ich am besten. Und wenn ich die nehmen würde, dann gehe ich davon aus, dass auch die anderen Leute das nehmen würden. Also einfach jeden Monat dabei bleiben. Wie gesagt, ihr müsst nicht Abonnent sein oder sonst irgendwas. Einfach mitmachen. Und nicht sinnlos sammeln, sondern wirklich ausgeben für euren Kanal. Oder für euren Kanal, für euren Kante. Also ein World of Wargames. World of Wargames. Komisch, es ist zu spät. Ich muss gehen. Ciao, vielen Dank. .